Hallo zusammen, mein Name ist Andrea Feuerstein. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende des Agrarsozialen Arbeitskreises der Evangelischen Landjugend. Außerdem bin ich noch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Landjugend und auch stellvertretende Delegierte im Landesfachausschuss Tierische Erzeugung. Warum ist es mir ein Anliegen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ihr wisst es selber, auf dem Land ist ohne Ehrenamt nichts los. Wir brauchen Ehrenamtliche, die gerne Veranstaltungen planen, die Lust haben, wichtige Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene zu leisten und als Meinungsbildner und Berufsvertretung für die Interessen der Landwirtschaft einzustehen. Ja, Ehrenamt kostet Zeit, aber es gibt auch unglaublich viel zurück. Deshalb kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, lasst euch aufstellen bei der Verbandswahl im Herbst. Nehmt die Chance an, euch persönlich weiterzuentwickeln. Es macht unheimlich viel Spaß, sich im Bayerischen Bauernverband zu engagieren. Man lernt viele neue Leute kennen. Deshalb kann ich euch nur sagen, seid dabei!